Schönen guten Tag zusammen, willkommen zu Impact Winter und der Blaine findet die Früchte der Natur. Was? Oh Alter, sag mal, willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Vor allem nicht jetzt. Was soll denn das? Hey, da gehst du einen Schritt aus dem Haus und dann schneiden sie sich wieder in die Hand. Hey, das gleich zum Start der nächsten Folge hier. Wo bist denn du? Oh, ich hab mir einen Splitter eingezogen. Dachreparin, Zaun. Ach, guck mal hier, Zaun. Maschendrahtzaun, vorher geschlossen, Kabelbinder. Ja, ich meine, es geht ja einiges, ne? Oh, Baumwolllappen. Metall, Eimer, Baumwoll, Kochtopf, Gummischlauch, Eiskühler. Äh, äh. Mit dem Wasserfilter können frische Eisblöcke zu Trinkwasser verarbeitet werden. Das gespeicherte Wasser kann dann von Jacob und seinem Team in Plastikflaschen umgefüllt werden. Schaltet, Wassersammler. Und was? Machen wir, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Bitte. Das geht nicht, warum nicht? Warum geht das nicht? Warum geht denn das nicht? Weil sie jetzt Ofenmittel angezeigt kriegt. Ah, ja, okay. Dann macht das natürlich auch Sinn. Dann macht es natürlich auch Sinn, aber das hat er mir ja vorher nicht angezeigt. Bevor hat er mir angezeigt, dass er nichts, dass sie nichts hat. Okay. Ähm. Wo wir jetzt aber nochmal gerade hier sind. Eine Sache muss ich nochmal gucken. Eine Sache muss ich nochmal gucken. Und zwar Zutaten, Waffen, Besen, Holz, Material, Teil, Keramik, Gesundheit, Verbandrolle. Haben wir nur noch eine? Hä? Hatte sie nicht eben... Wir hätten sie geheilt, hatten sie ja noch gar nicht. Sonstiges. Äh, Werkzeuge, Lager, Tennis, Lager, Schneefang. Ah, guck mal hier, da, 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 da. Da, diesmal nehmen wir ihn mit. Lager, Schneefang. Patz. So, den nehmen wir jetzt mal mit. Äh, Teammitglied. Wer hat jetzt was getan? Wer hat jetzt was fertiggestellt? Maggie, du? Warst du es? Hast du was getan? Zufriedenheitsbonus. Aha. Jetzt ist sie frei. Siehst du? Komm mal, jetzt können wir sagen, ich mach mal... Äh. Ich mach mal. Ich mach mal. Wasserfilter. Wollte schon sagen, ist das plötzlich doch nicht mehr da? So, Wasserfilter. Zack, gleich die nächsten Auflage. Gleich Dampf. Gleich Druck. So. So, jetzt haben wir hier einen... Guck mal, jetzt haben wir hier diese... dieses komische, äh, Pro, keine Ahnung. 30 Stunden. Jetzt ist er bei 30 Stunden. Also, ja, so langsam. So gen Ende der ganzen Geschichte. Da wird es doch so langsam. So, Kirche. Wir haben jetzt diesen, diesen Schneesammler. So. Jetzt will ich mal sehen, dass ich dann irgendeine... ...irgendeinen Zeltplatz aufwerten kann. Ich glaube, das würde sogar tatsächlich Sinn machen, in dieser Ortschaft, wo wir waren. Weil da können wir das Wasser sonst zur Not nämlich dann auch rüberschicken. Also, wenn wir Plastik... ...Plastikflaschen finden, dann könnten wir das auch abfüllen direkt. Ich weiß nicht, ob das geht. Plastikflaschen abfüllen. Schauen wir mal. Und dann können wir uns das Wasser denn sonst da hinholen. Also, muss ja irgendwie gehen. Und sie baut dann halt dieses Filterding. Da können wir nämlich hier so die Eisblöcke... ...die können wir nämlich dann alle wunderbar... ...können wir da hinbringen. Sollten wir zumindest eine kleine Abhilfe geschaffen haben... ...für die Getränke. Hoffe ich. Bam, 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 bam. Und Blaine sammelt schon wieder. Das ist schön. Das freut mich. So soll's sein. Und schon wieder da was gefunden. Also, man muss das ja nun wirklich nicht bei jedem Krümel melden. Also, eine Meldung hätte gereicht. Ganz ehrlich. Ah, ich will nicht mehr gerne was soll's. Solange es den Jungs und Mädels irgendwas bringt. Solange die am Leben bleiben. Und wie diese letzten fünf bis sechs Tage... ...nochmal irgendwo adäquat unterbringen. Das kann ich damit leben. Aber wie viele Tage haben wir noch? Fünf Tage, 16 Stunden. Äh... Falscher Weg. Naja, schon ein richtiger Weg. Aber da kommen wir hier nicht weiter. Hier kommen wir auch nirgends hin, ne? Ja, so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da vielleicht mal irgendwo... Oh, guck mal, hier ist eine Kiste. Oder ein Koffer. Den wir nicht öffnen können. Doch, können wir. Oh, was haben wir da denn schönes? Oh, ein Handy. Laptop. Ja, gut. Ja, ist natürlich... Ich will nicht mehr gerne. Nee, ist noch ein Flugzeug. Okay. Nach Hause zurückgekehrt. Nein, ist sicher zur Kirche zurückgekehrt. Yeah. Sicher. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil wir haben nämlich noch eine Bandage. Depression. Nein. Maggie. Nicht du auch noch. Obwohl, wir haben ja ja was zu tun gegeben. Da sollen sie doch ein bisschen arbeiten. Da hat sie Spaß dran. Die freut sich doch immer, wenn sie was basteln darf. Und jetzt hat sie wieder ordentlich was zu tun. Da kann sie doch mal einen Beschluss machen. So. Oh, hier so ein Container. Waren wir hier schon? Nee, warum noch nicht? Sättigung niedrig. Aber hier ist jetzt... Guck mal, hier ist so ein Aggregat. Oh, Schlauch nehmen wir mit. Motor nehmen wir auch mal mit. Den brauchen wir nämlich, glaube ich, für das Schneemobil. Den großen Motor brauchen wir, ja. Ansonsten Schaufel können wir mitnehmen. Nee, kann man nicht. Schade. Das wäre wahrscheinlich festgefroren. Stellwerk hier. Sieht so ein bisschen nach Stellwerk aus. Dann können wir nämlich das Lager da gleich aufrüsten. Mit einem Schneefang-Gedöns. Auch wenn das dann mal funktioniert. Also ich hatte ja schon einen Versuch gehabt. Wobei ich sagen musste, der letzte Schneefang, den habe ich, glaube ich, aus Versehen weggeworfen. Das war natürlich auch nicht so prall. Nicht so wirklich die Glanzleistung. Dann versuchen wir das gleich mal einzusetzen, bevor wir das vergessen. Lager erweitern. Äh, verbessern. Und wir müssten jetzt dabei haben, einen Schneefang. Lager Schneefang. Ja, es geht. Oh, geil. Was brauchen wir eigentlich hier für eine Holzkiste? Das müssen wir wahrscheinlich auch alles immer vorher bauen lassen, ne? Ja, ist egal. Ja, wir haben Wasser. Ja, saugeil. So, Lager verbessern wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich, ich will hier eigentlich nur ran. Oh, sag jetzt nicht, dass... Oh, das geht jetzt nicht, ne? Oh, Mann, ey. Oh, irgendwas muss ja immer sein. Jetzt Lager verbessern. Was ich hier hast, ist jetzt wieder Lager verbessern. Schlafen. Ich werde mal ganz kurz schlafen. Vielleicht bringt mir das was. Ich muss sowieso ein bisschen schlafen, sonst geht's kapreis da. Die Werte sehen eigentlich ganz gut aus vom Team. Bisschen Wasser ist ja... Können wir dann einfach mitnehmen, oder... So. Kann ich da jetzt was reinpacken? Boah, Alter, mach mich nicht fertig. Mach mich nicht schwach. Na gut. Dann geht das nicht. Dann gucken wir aber erstmal nach dem... Auf jeden Fall nach dem Wecker. Und das ist nämlich doch das Einzige, was uns fehlt für die Verteidigung. Saugeil. So ein neuer Ort. 50 Punkte. Wir steigen gleich nochmal auf. Das gibt auch noch mal wieder 6 Stunden oder so. Dann sind wir schon bei... Fast bei Tag 4. Das ist schon sehr gut. Oh ja. Ja, wir steigen wieder auf. Ja. 6 Stunden, 10 sogar. Errungenschaft freigeschaltet. Ecolight Meister. Warum auch immer. Jo. So. Und wir... Ja. Es geht runter. Noch 5 Tage und 5 Stunden. Ach. So. Was haben wir hier? Benzin. Benzin. Was sollen wir mit Benzin machen? Sucht in der Außenwelt nach Treibstoffgegenständen. Gefahren durch Außenwelt ist klar. Treibstoffgegenstände werden automatisch verbrannt. Erfordertige Gegenstände werden möglicherweise verbrannt. Ja. Ist auch doof. Was ist das hier? Eigentlich hält die Augen offen und beobachtet die Außenwelt. Das kann ich auch gut aus dem Fenster gucken. So. Es werden zufällig Samen gefunden. Auch schön. Begibt sich nur Jagdtiere. Ich werde nur mal das Tiere jagen. Werde ich noch mal aktivieren. So. Ich brauche einen Wecker. Habe ich schon erwähnt. Nein. Keine Rassel. Nein. Die Ghost Stories sind nicht mehr. Vielleicht freut sich jemand drüber. So. Da haben wir auch nichts. Da haben wir nur Medikamente. Oh nix. Ab dich. Hier. Hau dich. Ich. Na gut. Ja. Chubdi-dub. Schallplatten. Ja. Wäre schön und gut. Aber das war nix. Was ist hier drin? Na. Hallo. Noch eine Box. Die wir nicht mehr brauchen. Aber wir brauchen das USB-Kabel. Das nehmen wir nur mal mit. Das haben wir irgendwo. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Das wir das mal brauchen. So. Dann holen wir ein paar Samen mit. Couch. Tisch. Mua. So. Küche. Na ja. Das brauchen wir natürlich irgendwo alles. So ein bisschen. Fleisch. Oh Nüsse hier. Ja. Gerötzete Nüsse. Da haben wir schon hin. Medikamente. Sind immer gut. Sicherung. Kann man mal machen. Das sind immer so Kleinkram. So Kleinkram nehme ich mir ganz gerne mit. So. Kleiner Topf. Ne. Oh. Was zu essen. Nehmen wir gerne mit. Hm. Mülleimer. Nüscht. Oh. Warte mal. Warte mal. Was war das? Baumwolllagen. Irgendwie braucht man noch für irgendwas ein Baumwolllagen. Ich glaube das war damals für die Dachreparatur. Ne. Da braucht man. Oh. Nett. Oh. Das ist aber richtig nett. Das ist ja richtig nice. Nehmen wir eigentlich mal alles mit hier. Dann brauchen wir noch einzelne Sachen können wir noch mitnehmen. Ein Stück Schokolade. Oh geil. Wir sind voll. Und jetzt können wir natürlich wieder nichts nach Hause schicken. Trotz Leid. Das ist so elend. Gucken wir auch noch mal kurz rein. Was wir hier so erwarten dürfen. Ja. Kann man. Oh. Kann man machen. Da sind schon ein paar interessante Sachen bei. Auto. Benzin kann das. Naja. Na. Oh. Benzin. Dreimal. Dreimal groß. Sehr schön. Freut mich. Oh. Wir kommen hier gleich auf Anhieb wieder raus. Das fehlt uns nur noch Wecker. Scheiß Wecker. So. Mal gucken ob es jetzt mit dem Lager funktioniert. Sonst müssen wir wieder zurück rennen. Aber das sind genau solche Sachen. Weißt du. Guck mal. Das ist das was Zeit kostet. Würde das jetzt einfach funktionieren. Super Sache. Dann könnten wir das wunderbar. Zack. Alles nach Hause schicken. Können wir weiter looten. Aber nein. Wenn das jetzt wieder nicht funktioniert. Darf ich wieder nach Hause rennen. Das sind so Sachen. Die das Spiel so ein bisschen schrotten. Ich wollte schon sagen. Ist das Lager weg. Da hätte ich immer geschrien. Ist alles da. Ist alles gut. So. Geht das jetzt? Bitte lass es gehen. Es war so klar. Dass es nicht geht. Lager verbessern kann ich nicht. Aber ich kann nicht aufs Lager zugreifen. Okay. Lauf mal wieder nach Hause. Brauche ich gerade nicht lange diskutieren. Das ist so elend. Das ist so elend. Und das ist das was Zeit kostet. Das kostet Zeit. Und wenn du die ganze Zeit so hast. Und das ist ja nun wirklich ungelogen. Ich glaube man kann wirklich jede einzelne Folge gucken. Jede einzelne Folge war mindestens ein Bug zu sehen. Mindestens. Bugs wo ich teilweise das Spiel neu starten musste. Bugs wo ich irgendwie. Ich kann mich zum Beispiel erinnern. Dieser eine Bug wo ich mit dem Gewehr losgelaufen bin. Mit den Kugeln. Dachte mir. Okay. Jetzt holst du mal schön für die Truppe. Kannst du mal schön Reh erlegen. Kannst du mal schön Fleisch mitbringen. Was war? Das Gewehr funktioniert nicht. Weil die Schultertassen vom Controller nicht funktioniert haben. Gut. Heißt nicht unbedingt dass es am Spiel liegt. Aber komischerweise funktioniert es auch bei allen anderen Spielen. Also die Schultertassen. Ne. Also das ist so ein bisschen. Ja. Ist so ein bisschen fragwürdig. Das ist natürlich äußerst spannend wenn man jetzt hier durch die Gegend rennt. Aber nützlich muss ja. Und vor allem gerade die Ressourcen die sind ja wichtig. Gerade diese ganzen Zutaten die brauchen wir ja. Das ist ja der. Oh nein. Oh danke. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. Das kostet alles Zeit. Achso da haben wir schon geguckt. Ja. Zum dritten Mal. Dummdi 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 dumm. Das ist natürlich auch ein bisschen entspannend. Also für mich. Ich sitze jetzt gerade ganz entspannt. Habe noch einen Finger auf dem Controller. Lasse ich einfach laufen. Lasse ich einfach mal laufen. Das ist auch mal nicht verkehrt. Einfach mal laufen. Aber was bin ich ganz ehrlich. Was bin ich froh wenn ich es geschafft habe. Was bin ich froh. Endlich alles geschafft. Zwar nicht alle Quests gelöst. Aber trotzdem die 30 Tage irgendwie überlebt. Ah. Ich kann dann zumindest sagen. Ich habe die 30 Tage geschafft. Egal auf welche Art und Weise. Aber ich habe es geschafft. Da sind wir. Ne. Hier ist es niedrig. Ich bin noch gerade im Überlegen. Ob ich nicht gleich noch reinkaufen sollte. Da ist schon was zu essen. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh. Er hat eine Frage. Verlassen. Nein. Ich will nicht verlassen. Ich will mit Christoph reden. Hallo. Ja. Ich möchte mit Christoph reden. Wir haben ein Laptop im Lager. Wenn wir ihn zerlegen könnten wir ein paar Elektronikbauteile bekommen. Was meinst du? Ja. Die Frage ist ja. Brauchen wir das Laptop? Den Laptop hatte ich ja auch schon in anderen Häusern gefunden. Also. Ja. Mach einfach. Was solls. PC, Hauptplatine, Festplatte, Batterie, Zelle, USB, Kabel, Draht, kurz, Kabelbinder. Siehst du, Kabelbinder. Kabelbinder brauchen wir für die Zäune. Maggie. Du hast nichts zu tun. Wie? Du hast nichts zu tun. Wasserfilter hast du jetzt schon gebaut, will ich hoffen. Sonst gibt es Wasser in den Ohren. So. Signalstation Mittel. Okay. Das kann ein Schneemobil. Achso. Ja. Der fehlt ja noch. Ach. Ein Gummiriemen war das. Gummiriemen zweimal. Ein Gummiriemen fehlt. Ja, Gummiriemen. Wo finden wir ein Gummiriemen? Hatten wir überhaupt schon mal Gummiriemen gefunden? So. Aber egal. Packen wir erstmal alles. Erstmal alles ins Lager. Ja. Brav. Alles rein. Ich glaube, ich laufe gleich tatsächlich nochmal los und hole mir ein bisschen was zu essen. Zack. Nochmal hier die letzten Zutaten. Dann würde ich noch ein bisschen pennen gehen, würde ich sagen. So. Ich habe schon was zu essen, aber wir holen uns noch was zu essen und zu trinken. Auf jeden Fall jetzt vom Händler. Ähm. Riemen können wir bei ihm ja auch nicht kaufen. Riemen könnten wir finden. Naja, aber in der Werkstatt von Maggie war ja eigentlich auch nichts von ihrem Vater. Aber ich weiß jetzt auch gerade aus dem Kopf nicht. Riemen waren doch ganz normal, die Riemen, also Keilriemen, ne, vom Auto. Glaub ich. Ich meine doch Keilriemen. Oder ich meine, das würde natürlich Sinn machen beim Schneemobil. Ne. Schneemobil. Ja, doch, natürlich Riemen. Klar, Keilriemen. Müssen Keilriemen sein. Und das andere könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. So, nochmal kurz zum Händler. Äh. Ich glaube, ich laufe ein Stück zu weit Richtung Norden. Ne, wir sind genau richtig. Ja, da oben mit seiner Kiste. Da habe ich, glaube ich, auch schon zwei der drei die Triche mit verbrannt. Da gehe ich auch nicht wieder hin. So. Aber wenigstens haben sie die ganze Zeit gewartet. Das war wenigstens schon mal nett. So, laufen hier Wölfe rum? Oder kann ich hier ein bisschen rumhühnern? Ne, ich kann, glaube ich, hier rumhühnern. So, einmal kurz zum Händler. Ein bisschen was zu Futtern kaufen. Dann sollten wir auf jeden Fall... Ach, guck mal, da ist gerade ein Wolf gespawnt. Da siehst du. Gerade ein Wolf gespawnt. Ja, rein da. Kaufen wir uns ein bisschen was zu essen. Kaufen wir uns ein bisschen was zu trinken. Und, ähm... Mal gucken, aber Riemen wird er ja nicht haben. Das wäre jetzt echt zu krass. Sicherung Umspannwerk. Ne, das ist so einfach. Verbandrolle. Das wäre vielleicht noch sogar mal... Weil wir hatten jetzt nur noch eine. Gegenstand kaufen oder riskieren was und... Nimm nur eine Verbandrolle, weil dann eine hatten wir noch auf Lager. Wir lassen es erst mal. Wir kaufen uns erst mal was zu essen und... Wäre jetzt auch nicht alles... Alles hier verbraten. Antibiotikum. Pfeile, Pistolen. Ich will nur noch ein Schmerzmittel... Verbandrolle, Wasserflasche. So, Fertiggericht. Die wollte ich eigentlich haben. Äh... 30... 30... Wie viel kam noch mal Wasser? 8. Okay, also können wir ruhig ein bisschen... Ein bisschen mehr Essen holen. Fertiggericht kaufen. Jetzt haben wir... 4. Ja, dann sollten wir Wasser jetzt holen. Geht genau auf, siehst du. Oh, nicht Wasser gekauft. Kommen wir wahrscheinlich auch nicht mit bis zum Ende, aber... Naja, wenigstens haben wir ein bisschen was getan. Kurz zurücklaufen, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, Eier machen... Und dann wieder auf zu... Zu diesem kleinen Dörfchen. So, ich gucke mal vorsichtigerweise, ob die... Wölfe... Schräg-Schräg-Wolf, weil ich habe ja nur einen gesehen. Nö, tatsächlich wieder weggespawnt. Naja, gut. Kann ich mit leben. Kann ich sehr gut mit leben. Ich höre, Energie ist bei Null. Ja. Dann haben wir es auch gleich wieder. Also ich muss schon wirklich sagen, das Spiel ist als solches... Wenn ich das durchspielen sollte, sollte ich tatsächlich das Ziel erreichen, wenn nicht dann wieder irgendein Zinken kommt. Das war schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Nervlich. Nervlich und spielerisch natürlich auch. Was ich aber... Es gibt ja so ein paar Kritikpunkte am Spiel, die mich halt wirklich stören. Ich mag halt Spiele nicht, wo du... Ähm... Wie heißt das? Es gibt ja auch einen speziellen Begriff dafür. Error and... Wie heißt das noch? Error and Repeat, glaube ich, ne? Error and Repeat-Spiele. Das heißt... Du scheiterst auf jeden Fall, dann musst du nochmal wieder von vorne anfangen. Ich bin nicht unbedingt ein Fan von sowas, weil... Ja, ich weiß nicht. Das Spiel muss mir irgendwie eine Möglichkeit... Es ist meine persönliche Meinung. Ähm... Soll mir schon die Möglichkeit geben, dass ich es auch von Anfang an durchspielen kann. Also... Inventar... Ich würde erstmal selber ausfordern. So, erstmal was fordern. Dann wollen wir natürlich ein bisschen Happa-Happa machen. Äh... Beziehungsweise ein bisschen was rein dampfen. So, trinken. So, den Rest packen wir unten rein. Weil ich bin eigentlich recht zuversichtlich, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dass wir da bei diesen ganzen Wohnhäusern vielleicht noch eine Kleinigkeit finden. Ich bin ja auch eigentlich nur deswegen hier, weil ich nicht aufs Lager zugreifen konnte vom Ako. Von daher... Ja. Äh... Und wir brauchen eben noch ihn. Riemann. So, ich gehe erstmal pennen. Und wir machen an dieser... Na. 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 An dieser Stelle auch mal ein kleines Päuschen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Daumen drücken. Und wir nähern uns so langsam. Dem Ende vier Tage. 15 Stunden haben wir gleich. Ich glaube, ich werde erstmal durchpennen. Oh, das passt, glaube ich, ganz gut. Ich werde erstmal durchpennen. Die Werte von den anderen sehen so lala aus. Wenn die müssen, müssen wir schon was Futter, müssen wir schon was trinken. Und die anderen sind eigentlich recht gut dabei. Jetzt haben wir erstmal gespeichert. Das geht auf jeden Fall gleich dann los zur... zur Stadt, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Also nochmal, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sehen uns bei Impact Winter bald wieder. Macht es gut. Tschüss.